Ach, die Feuersteins gönnen sich ein schönes Essen im Restaurant und Mia lässt natürlich auch Papa mal ihr Essen probieren. Doch was würde die Tischnachbarin wohl sagen, wenn sie die Gabel von Frau Feuerstein rübergereicht bekäme? Da ist Schluss. Schließlich geht es um Hygiene und wer möchte schon die Keime eines Fremden in den Mund ausgelegt bekommen. Wie hygienisch sauber die Gabel wirklich ist, entscheidet sich hier in der Küche. Mit unserem Küchenhygiene-Check finden wir schnell heraus, wo Gefahren lauern und finden die richtigen Lösungen, um Viren und Bakterien dick gar auszumachen und Essensreste vollständig zu beseitigen. Wir vermitteln, wie die vier wichtigen Faktoren Temperatur, Zeit, Chemie und Mechanik ineinander greifen und für ein perfektes Spülergebnis sorgen. Bei uns gilt, Effizienz zählt. Die Dosierung ist minimal und das Hochkonzentrat wird automatisch über das Dosiergerät in die Spülmaschine gespült. Das Wasser kommt also ausschließlich aus der Leitung und nicht aus dem Kanister. Der Block braucht weniger Platz im Lager und kein bisschen Chemie bleibt ungenutzt. Sicherheit zählt. Keine Verwechslungsgefahr mehr durch unsere Form- und Farbkodierung und kein Kontakt mit der Chemie durch das geschlossene System. Und ganz klar, Umwelt zählt. Wir produzieren weniger Verpackungsmüll und machen dem schweren Schleppen von Kanistern endlich ein Ende. Wir machen Hygiene persönlich. So verstehen wir die Beratung unserer Kundinnen und Kunden in der Gastronomie und Hotellerie und erstellen gemeinsam das optimale Konzept für ein nachhaltiges Hygienesystem. Das gibt der Küchenleitung und ihrem Team ein beruhigendes Gefühl und sie können sich gemeinsam um das Wohl ihrer Gäste kümmern. Und anstatt sich darüber Gedanken zu machen, wer vielleicht vorher die Gabel im Mund hatte, können sich die Gäste auf den kulinarischen Genuss konzentrieren. Das Rundum-Sorglos-Paket. Neben den innovativen Produkten und den zuverlässigen Dosiersystemen profitieren unsere Kunden von dem Ecolab-Service-Paket. Reinigungspläne, Schulungen, Regelservice, Dokumentation für mehr Lebensmittelsicherheit. Mit Ecolab als Partner an der Seite geben wir unseren Kunden in der Gastronomie und Hotellerie professionelle Unterstützung an die Gabel. Und das bundesweit mit unseren über 200 Fachberatern und Beraterinnen. Wir sind für Sie da. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin. Guten Appetit mit Ecolab. Wenn Gabeln sprechen könnten, würden Sie sagen, nimm Ecolab. Einmal mit Profis arbeiten.